Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen kleinen Video, denn ich habe heute endlich die Auslosung für das Gewinnspiel zum Buch Mengele Zoo von Gerd, Endpunkt. Sein Name ist einfach so schwer auszusprechen für euch. Ich kann euch leider das Buch jetzt nicht nochmal zeigen, damit ihr versteht, um was es geht, aber die, die teilgenommen haben, wissen es ja eigentlich eh. Okay, von daher denke ich, passt das. Ich habe das Buch nämlich verliehen an eine gute Freundin von mir, weil es einfach so eine wichtige Message ist, wollte ich es verbreiten und bin deswegen auch sehr froh, dass fünf Personen von euch an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Ich hatte mir ein bisschen gewünscht, dass es noch ein paar mehr sind, um ehrlich zu sein, aber ich finde fünf Personen, die sich für dieses Thema interessieren, ist immerhin ein bisschen was oder halt das Buch auch interessant fanden, denn es geht ja nicht nur um die wichtige Thematik, ja, Umweltschutz, sondern auch um andere Sachen. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier diese fünf Zettelchen auf meiner Hand. Dieses Mal habe ich mir kein Gefäß genommen, weil es einfach, ja, halt fünf Zettel sind und da würden die dann doch irgendwie ein bisschen drin untergehen. Und ich werde jetzt hier einen Gewinner des Buches ziehen. Ich habe es versucht, alles gleich groß und gleich zu falten, also sollte jeder die gleichen Chancen haben. Nicht jeder von euch hat mir eine E-Mail geschrieben, das habe ich schon gesehen, aber ich wollte euch jetzt trotzdem dran teilnehmen lassen, einfach, ja, weil es dann halt doch fünf nur sind und sonst werden es ja weniger gewesen. So, jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ich habe hier auf jeden Fall die Zettel und ich werde jetzt blind eine Person ziehen. Hier. Es ist Lise Lotte. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, du hast das Buch von Mengele Zoo gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du es noch nicht gemacht hast, schreib mir bitte unbedingt eine E-Mail an die E-Mail-Adresse in meiner Infobox. Du musst nur auf mehr Infos klicken und dann brauche ich unbedingt deinen richtigen Namen, wenn er das nicht ist, also den Vornamen, weiß ich jetzt nicht, ob es der richtige ist, und deine Adresse. Dann schicke ich das an den Verlag und der Verlag schickt dir dann im Laufe der nächsten Zeit ein Exemplar zu. Also, es kommt nicht von mir, sondern direkt vom Verlag. Ich hoffe, du freust dich darüber. An alle anderen tut mir wirklich leid, dass es nicht geklappt hat. Ich werde aber auf jeden Fall mal wieder Verlosungen machen, sodass ihr auch die Chance habt, da weiter ihre Sachen zu gewinnen. Genau, das war es jetzt schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und hoffe, dass wir uns im nächsten dann auch wiedersehen. Macht's gut bis dahin. Tschüss!